400 Euro für dich, wenn du drei Hebel drückst, einer könnte all deine Sachen dahinten... Ja, das sind deine Sachen. Nein, 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 nein. Du bist nicht an meine Sachen gegangen. Doch, das sind alles deine Sachen. Junge! Ein Hebel könnte alles explodieren lassen. Ja, willst du es machen? Okay. Wisst ihr, warum er so grinst? Deswegen! Er hat die verdammte Leitung manipuliert, bevor wir aufgenommen haben. Aber was er nicht weiß ist, ich hab's wieder repariert. Pro Like und Abo schuldet er mir ein TNT. Nee, du schlägst direkt drauf ein, das ist alles, was du hast. Hey, denk... Ah, welchen nehm ich, welchen nehm ich, welchen nehm ich, ah... Nehmen wir doch mal den. Okay, zwei noch, zwei noch, zwei noch. Du musst noch zwei machen. Was macht der Hebel hier so, Philippe? Weiß ich nicht. Könnte sein, dass der alles explodieren lässt. Du weißt also nicht, wer was explodieren lässt. Nein, nein, nein. Was macht der Hebel? Philippe heraus. Okay, dann nehm ich mal den. Und bei dem bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass er nichts zum Explodieren bringt. Warum bist du dir da so sicher? Ich weiß nicht. Irgendwie deine Mimik oder so. Bist du dir da ganz sicher? Ich muss den Ufa... Mimik.